Ja, das ist so. Wenn man einmal in diesen Klassenklauen so reingeraten ist, ist das schwer rausgekommen. Vielleicht sollst du dir ein wenig Mühe geben, nicht ganz so peinlich zu sein. Nicht ganz so peinlich zu seinem Bruderherz, dann müsste ich dich nicht ständig in den Teller einsperren. Wo wir gerade wieder dabei sind, vielleicht ist es wieder Zeit für eine Runde. Täter haben sie ihn, sie sind bereits nach dir. Arschloch! Alles klar. So wird das nichts. Die Ratten, da sind Ratten im Keller. Stopp! Sehr gut. Ihr habt es klar gemacht, ihr müsst übernommen. Ja sicher, wo geht es denn wieder weiter? Nee, du brauchst einfach nur halten. Achso, oh, oh, okay, läuft. Wie habe ich denn jetzt hier? Noch nicht, Mensch. Okay, euch ist klar, der ist halt, wo ihr seid, was ist. Ja, wir sind im Keller, wir haben uns gerade über Ratten. Die sind Brüder, ne? Ja. Okay. Was ist denn jetzt mit den Ratten? Ja. Was? Da läuft wieder alles. Was auch? Wie beißt ihr? Ja, dann nimm und iss sie. Wirst von mir sowieso nichts vernünftiges Geld. Was? Verdehnest du mich? Verdehnest du mich? Sei vorsichtig, mein Freund, ansonsten wird die gläserne Lichtquelle auch noch verschwinden. Nimmst du mir bitte nicht. Was kannst du nicht? Doch, dann kannst du auf dem Boden deiner Ratten suchen. Warum kriechen? So herzlos. Warum? So herzlos. Dass deinem Intellekt entsprechen würde. Ach, dann schluss. Du bist doch mein Bruder. Du bist doch mein Bruder. Sehr gut. Ihr übernehmen. Okay. Wir übernehmen. Wir übernehmen. Wir übernehmen. Ich übernehmen. Ne. Darf ich vielleicht den Intellekt-Syndrom spielen, Jasmin? Das ist ich den Intellekt-Syndrom oder möchtest du? Ich mir egal. Aber wir gucken einfach spontan an. Nein, warum hast du das jetzt gemacht? Ich sitze hier und ich sehe noch nicht mal die Katten an Wixer, Wixer. Du sollst aus Fehlern lernen. Deswegen mache ich das. Ich habe eine Fächer. Du bist krank in der Birne. Gut formuliert. Das ist intaktvoll. Das ist das Tourette-Syndrom. Was soll ich denn machen? Sie ist der Asche. Mein Freund, halt dich zu mir. Hilf mir doch lieber. Anstatt du mir das Licht klausel und mich im Keller einsperst. Dir kann man nicht mehr helfen. Du bist einfach nur verrückt. Das Tourette-Syndrom ist das auch, wenn man sich selbst beherrscht. Kann man auch bekommen. Du Opfer. Du kannst mich doch nicht einfach aufgeben. Das kannst du doch nicht mit mir machen. Ich meine, erst bringst du unsere Eltern um, um mich dann hier einzusprechen. Ich merke alles manchmal eine sehr kranke Fütter-Syndrom. Ich möchte euch mal bitten, dass ihr vier versucht, nicht miteinander zu spielen. Sie können das gerne am Ende wieder zusammenbringen. Aber ich glaube, ihr kommt nicht voran. Ich lache nicht, aber ihr kommt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie, worum es geht. Geil, Dennis. Wir sind in den Keller und nicht nur die Heilsperren. Also von dem, was bisher war, steht es ja so.